Schild alle zuhören Planänderung Ramirez nicht an Sie was alle anderen zuhören wir bewegen Restor sobald wie möglich am Nordeingang von Nate Summen wir müssen hier unter den Graf bevor die noch einen Angriff starten das wird immer besser, so verteidigt mich mal schnell aber ich versuche mal, dass ich hier vorne jetzt schon wieder einen erwische so und jetzt schön ran hier von der Seite vielleicht selber Taun verteidigen die werden jetzt fertig gemacht hier jetzt habt ihr was gegen mich ausrichten könnten das 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 ja ja muss nachladen, sorry von der Oma war auf jeden Fall eine bessere Sicht Was? Oh, 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 oh Ich sehe es gerade Na komm, die kriege ich auch ohne weg Gut so Dann sind die Feiner auch in Bewegung Wow, wo kommen die denn auf einmal her? Okay Oh, feuerfrei, los Fünf bestätigte Abschlüsse, das ist sehr gut Danke sehr Boah, geht das jetzt ab hier So, schnell, 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 schnell So Nur einer? Dreck Ey Boah, haltet die Dunger von mir weg, zur Hölle Ich brauche doch auch meine Freiheit hier Bin ja dabei Boah Boah Mehr als zehn, alles Guter Tepper Mehr als zehn Gross So, gut so Ich liebe Drohnen So Ich habe gerade einen gesehen, dass einer hier auf dem Dach ist Was? Scheiße, ist sie Ach, Leute, ihr könnt auch nicht treffen, oder? Boah Shit Alter, wer denkt sich denn sowas aus? Wer soll denn diese Leute töten? Das ist doch nicht möglich So viel zu viele So, der ist weg Der ist weg Boah, ich muss nachladen, ey Das bringt nichts mit der Waffe hier gar nicht Kann ich besser zählen und mehr schießen Heißt weniger nachladen Das ist sehr viel besser Boah Wo kommen eigentlich die ganzen Russen auf einmal her So, so große Militärmüchte kann Russland da gar nicht haben Das ist zwar ein Riesengebiet Aber, ähm, ich meine Leute Es muss auch irgendwo Grenzen geben Was? Bestätigt, Overlord Team, Helikopter ausschalten Los Ja, wie denn? Team, ich habe eine Singer-Rakete aus dem Restaurant im Westen gesehen So, schnell umschalten Falls hier noch wer drinne wäre Okay, ich sehe die Kampfe hier Hier ließ noch Scheiße Held rüber Okay, da ist das schöne Ding So Ist es nicht mehr Mehrere? Egal Ja, wie viele Feinde sind denn hier noch? Ey, das gibt's Oh, Alter Oh, shit Wenn mich jetzt der Heli erwischt, dann war's das Dann, dann, dann bin ich hoch Ah, hau's ab! Scheiße, zu schwarzer Auto Ich will nur hier rein Ich kann's nicht sehen Oh, oh Zack Alter Gehen die mir halt auf den Nerven, ey Was für ein Flugverkehr hier herrscht? Flugverkehr Können wir nicht zu uns? Ich hoffe mal Ja, gehört zu uns Ich bin dabei Ich brauche nicht so mal, komm, wir brauchen mal Verstärkung Aber wir haben es immerhin geschafft Wir sind, glaube ich, nur uns einmal dort Boah, ey, man muss sich aber echt konzentrieren Bei so einem Ton- und Tauben-Schießen hier Das ist schon grauenvoll Und würden wirklich kommen, weil ich das auch nicht, ey Royal mit Käse Ne, danke Das hat mir jetzt gerade alles gereicht Boah Action in eigenem Land Nicht gut, gar nicht gut Huioiuiui Damit hab ich nicht gerechnet, dass es so abgeht hier Alles falsch im Gedächtnis Leider sind alle Leitungen Die Russen müssen das ACS erlangt haben Das ist der Schlüssel zu jedem Schloss in Amerika Und sie schlagen für jeden toten Zivilisten in Moskau tausendfach zurück Wir haben wohl keine Freunde Amerikanische Truppen Ich kenne jemanden Suchen wir eine Telefonzelle Gibt's die noch? Wir haben nur aus Brochas rausgekriegt, dass Makarovs Feind Nummer 1 in einem Gulag sitzt Wenn der Psychopath auf den Schwindel reinfällt, knüpfen wir ihn am nächsten Baum auf Dann schauen wir doch mal Das Hornissen ist Tag 4 Was, durchkämpfen? Oh Mann Ach, Nikolai Boah Kopf mischt Oh, ey, 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 ey Ich weiß ja nicht, wie man mit dieser Waffe vernünftig schießen soll Also, hier jedenfalls Verdammtes Elendzwertel, da kann man Das ist halt so unnötig, hier So, wir werfen mal ein bisschen was hier rum Nicht, dass das noch ein bisschen blöder hier abläuft Aber Das ist ja nicht mehr schön hier in dem Glanzzwertel Klar, hier findet die Miliz viele Leute, die kämpfen Das ist ja klar, weil es eben das Elendzwertel ist Aber warum müssen wir nicht alle hier sein? Das ist doch nicht nötig Wir könnten doch einfach irgendwo anders sein Irgendwo Hauptsache nicht hier Geht doch eh nicht mal drauf hier Und warum hier nochmal die ganzen Waffen her? Ich bin grad irgendwie entfallen So Aufgeräumt Oh Cool Wow, mit Rotpunkt, sehr gut Rotpunkt kann ich immer gebrauchen Haben wir nicht noch irgendwie Unterstützung hier oder sowas? Nicht, dass wir unseren lieben Soap unterstützen Wow Wie viel dazu Ich bin viel dazu Vielen Dank.